Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute geht es um die Kommunikation zwischen Blueprints und das machen wir durch Custom Events. Warum sollte ich sowas tun? Naja, sagen wir mal, wir wollen, wir haben letztes Mal ein Projektil gebaut, das müsst ihr nicht unbedingt nachvollzogen haben für dieses Setup, was wir jetzt hier gerade machen, aber es wäre natürlich hilfreich, weil wir daran weiter rumbasteln. Und zwar wollen wir, wenn wir dieses Ding spawnen, irgendwas machen, zum Beispiel wollen wir einem anderen Charakter, auf den wir gerade geschossen haben, Leben abziehen. Gut, das würden wir normalerweise mit Overlaps machen, ist okay, aber in unserem Fall wollen wir jetzt ganz speziell hier irgendwas damit machen, das heißt, wenn der Actor spawnt, dann wollen wir irgendwas machen. So, schauen wir uns das Ganze mal an, wir wollen natürlich hier so wenig wie möglich im Level Blueprint arbeiten, wir wollen das Ganze so übersichtlich halten wie möglich. Und deswegen versuchen wir alles in unsere eigenen Blueprints auszulagern. Das ist ganz, ganz wichtig, dann könnt ihr relativ schnell eigene Sachen ändern, ohne euch komplett in eurem Level Blueprint umherirren zu müssen und da reinzoomen und so weiter und so fort. Sondern ihr könnt einfach sagen, ah, okay, ich will was an meinem Projektil ändern, also gehe ich in die Projektilklasse rein, in diesen Projektil Blueprint hier und dann kann ich hier irgendwas dran ändern. Das ist dann, da möchte ich dann irgendwas machen. Und das ist ganz, ganz wichtig, das hier ist eigentlich vollkommen schlechter Stil hier, was man eigentlich hätte machen sollen, das passt jetzt eigentlich nicht unbedingt in das Video, aber wie gesagt, wir machen es jetzt einfach mal. Diese Autotüre hätte man auslagern müssen in eine eigene Türe, haben wir schon gemacht, ist aber trotzdem noch hier drin, macht nichts. Okay, dieses Licht hätte man eigentlich in einen eigenen Licht Blueprint auslagern müssen, dieses Triggerlicht hier, was man verändern konnte. Hätte man machen sollen, habe ich euch als Übung aufgegeben und das hier, was wir letztes Mal uns gebaut haben, nämlich dieses Projektil, das hätte man eigentlich auslagern müssen in die Charakterklasse, damit wir auch wissen, okay, der Charakter, wenn der links klickt, dann wird eben so ein Ding gespawnt. Ähm, und wir haben hier letztes Mal eine intelligente Türe gespawnt, das war nicht ganz unser eigentlicher Sinn dahinter, sondern wir wollten natürlich hier eigentlich so ein Projektil spawnen. So, ähm, ja, jetzt wollen wir aber was anderes machen und zwar, wenn dieses Projektil gespawnt ist, ich schiebe das Ganze mal hier hoch, damit wir ein bisschen Platz haben. Wenn das Projektil gespawnt ist, dann wollen wir noch irgendwas mit dem Projektil machen und zwar wollen wir zum Beispiel, äh, eine Explosion kreieren oder sowas, weil das Ding halt irgendwie geil explodiert oder so. Wie gesagt, das würde man eigentlich eher mit Actor Begin Overlap machen hier, aber wir machen das Ganze jetzt mal ein bisschen anders. Ihr werdet durchaus noch sehr, sehr viele Möglichkeiten finden, wie man hier, ähm, Custom Events sonst noch brauchen kann. Sorry, dass ich jetzt gerade gespeichere, so, jetzt geht's weiter. Was wir jetzt also machen wollen, ist, wir wollen irgendwas hier drin machen. Naja, Event Begin Play ist auch nicht unbedingt das, was wir wollen. Wir wollen es eigentlich machen, wenn es gespawnt wird. Begin Play wird getriggert, wenn das Spiel anfängt. Das ist nicht der, äh, richtige Zweck hier. Ähm, dieses Projektil ist ja ganz am Anfang noch gar nicht da. Event Tick, naja, gut, dann wird es mehrmals ausgelöst. Ist auch nicht ganz optimal. Event Begin Overlap hatten wir gesagt, hätten wir eigentlich genommen, wollen wir aber trotzdem dieses Mal nicht nehmen. Schauen wir uns doch mal hier die Events an, die wir so zur Auswahl haben. Ja, okay, Actor, mh, irgendwie, ne, nicht ganz. Kollision, wir wollten nichts mit Kollision machen, wir wollten einfach so eine Explosion erzeugen. Vielleicht haben wir einen Fehler in unserer, was weiß ich, in unserer Maschinen-Gun oder was auch immer. Äh, Event Damage, mh, auch nicht unbedingt. Maus Inputs, ne, eigentlich nicht. Man kann natürlich jetzt hier dirty hingehen und sagen, hey, ich klicke und dann wird es abgeschossen. Und wenn ich loslasse, dann explodiert das Ganze. Wollen wir aber nicht, wir wollen es direkt aus, äh, ja, triggern. Und deswegen brauchen wir hier ein Custom Event. Den Custom Event nennen wir jetzt einfach mal, ähm, Trigger, äh, Trigger Me. Das ist jetzt ein Event, der sozusagen von uns gesetzt wird. Der wird nirgendwo aufgerufen, den müssen wir selber aufrufen. Und was wir jetzt hier machen können, ist, wir können sagen, okay, wir wollen, ähm, zum Beispiel die Reichweite unserer Explosion. Wir haben, wir werden auch keine Explosion dieses Tutorial erstellen. Explosionen sind auch ein bisschen größer, aber wir werden was auf dem Bildschirm ausgeben. Und dazu gehen wir jetzt einfach hier und brauchen ein Input für dieses Ding hier. Wir sehen hier unten, wir kriegen hier bei Actor Begin Overlap Other Actor. Das ist eine Actor Reference, die wir hier auch benutzen können. Ähm, wir bekommen hier auch Event Tick. Also das wäre zum Beispiel dann der Actor, der Schaden bekommen würde. Das ist der zweite Actor. Das heißt, unsere Kugel hier oder unser Projektil überlappt sich mit einem zweiten Actor. Das heißt, dieser Actor hier kann einen Schaden bekommen. Äh, Event Tick. Da bekommen wir Delta Seconds. Und genau diese Dinger hier unten können wir auch hier einstellen, indem wir hier einfach draufklicken auf unseren Custom Event und unter Inputs hinklicken auf New. Und hier können wir jetzt die Parameter angeben. Da ist es auch nochmal wichtig, dass ihr hier verstanden habt, was die einzelnen, ähm, die einzelnen Typen sind. Und ja, hier kann man wirklich sehr, sehr viel, eigentlich kann man alles eingeben. Man hat hier quasi seine eigene Klasse oder seinen eigenen, ja, für die Leute, die schon objektorientiert programmiert haben. Ich glaube, das sind hier sogar einige. Macht nichts, wenn ihr es nicht versteht, aber ihr könnt hier eure eigene Klasse auch mitnehmen. Ihr könnt hier als Typ nehmen, was ihr gerade wollt. Wir werden jetzt hier einfach mal ein String nehmen, den wollen wir ausgeben. Ihr könnt auch ein String Array machen, wenn ihr wollt. Und, äh, das ist unser String to Output. Ähm, wie gesagt, wir könnten hier zum Beispiel ein Integer machen, wie groß die Explosion wird. Und dann kann man jedes Mal, wenn man dieses, dieses Event hier triggert, kann man angeben, ich hätte gerne Explosion, die ist 50 groß, also 50 cm. Heute, ich hätte gerne Explosion, die ist 1000 Meter groß. Ähm, all diese Sachen könnt ihr hier angeben. Passt natürlich super für so ein Projektil-Blueprint. Also ich meine, wenn ihr irgendwie, äh, dann am Ende irgendwas triggern wollt, ist das ziemlich easy. Ihr könnt natürlich hier auch diesen Event dann aufrufen, werden wir aber gleich sehen. So, ähm, und wenn dieser Event aufgerufen wird, der wird von einer anderen Stelle aufgerufen, dann wollen wir was machen. In unserem langweiligen Fall wollen wir einfach nur was ausgeben. Aber ich glaube, da sind eurer Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt, was ihr hier ausgeben wollt. Und was wollen wir ausgeben? Wir wollen nicht Hallo ausgeben, sondern wir wollen genau das ausgeben, was eben bei dem Event mit ausgegeben wird. So, hier kann man jetzt noch weiter angucken. Print to Screen, Print to Lock, Text Color, naja, Duration. Duration ist die Dauer, wie lang das auf dem Bildschirm erscheint. Die Farbe von unserem Text können wir auch hier einfach einstellen, muss aber nicht sein. Wir werden sie jetzt einfach mal auf Rot setzen, einfach nur, weil wir es können. Und, ähm, dann können wir das Ganze auch schon wieder kleiner machen. Hier hinten dran geht es natürlich dann weiter. Wieder so eine Execute Line, das kennt ihr mittlerweile, alles ist relativ langweilig. Was aber neu ist, ist dieser Custom Event. So, wir klicken hier mal auf Kompilieren und auf Speichern. Welche Reihenfolge ist eigentlich völlig egal und das ist nicht das, wo ich hin wollte. Ich will hier hin, so, wenn dieses, ähm, wenn der Actor gespawnt ist, dann wollen, also nachdem wir ihn gespawnt haben, nachdem wir das Projektil gespawnt haben, dann wollen wir was machen. Und was wir machen wollen ist, wir wollen ein Event triggern und zwar den Event in unserem Projektil, den wir gerade erst erstellt haben. Und das machen wir, ähm, indem wir hier sagen Event. So, und jetzt schauen wir uns mal durch, was wir hier alles so für, okay, wir schauen uns nicht durch, was wir für Event alles finden. Wir wissen ja noch, wie wir ihn genannt haben und zwar, nein, ich weiß es nicht mehr, ich habe ein furchtbares Kurzzeitgedächtnis. Wir haben ihn Trigger.me genannt. Ähm, deswegen gehen wir hier auf Trigger.me, sehen hier, aha, Class Projektil Trigger.me, easy. Also können wir das machen. Super, und jetzt brauchen wir hier allerdings ein paar Informationen. Was für Informationen brauchen wir? Target Self. Ähm, Self ist vielleicht nicht ganz das Beste, was wir hier angeben können. Self bezieht sich immer auf das in dem Blueprint, wo wir gerade sind. Dieser Blueprint hier, in dem wir gerade aber sind, ist der Level Blueprint. Und das ist definitiv kein Projektil. Das heißt, da wird irgendwas schief gehen. Ist nicht so geil. Deswegen nehmen wir doch einfach den, den wir hier haben. Wir haben ja gerade ein Projektil erstellt. Und aus diesem Return Value bekommen wir unser Projektil raus. Das heißt, wir haben hier angegeben, hey, ich will, dass dieses Projektil irgendwas macht. Wir müssen ja, wenn wir zum Beispiel eine Explosion um dieses Projektil hier rum kreieren wollen. Also das Ding hat ja hier ein Viewport. Wenn wir eine Explosion um diese Kugel rum kreieren wollen, müssen wir natürlich auch wissen, wo ist denn unsere Kugel eigentlich. Und deswegen müssen wir auch wissen, welche Kugel meinen wir. Denn wir können ja gerade 100 verschiedene Projektile abgefeuert haben. Ähm, gut, okay, dann wird man euch wahrscheinlich als Hacker beschimpfen. Aber trotzdem, es wäre möglich, dass mehr als ein Projektil hier auf dem Bildschirm ist. Und dann muss man natürlich wissen, wo triggern wir denn die Explosion. Also sagen wir, wir triggern die Explosion genau um das Projektil, ähm, das wir hier gerade gemacht haben. Das wir gerade quasi neu erzeugt haben mit unserer ganzen Transformation und so weiter und so vorne. All diese komplizierten Sachen brauchen wir nicht mehr. Wir haben jetzt ein Projektil in der Hand, können wir das einfach reinstopfen und fertig. So, und was wollen wir ausgeben? String to Output. Da können wir uns jetzt was Schönes aussuchen. Zum Beispiel, boom. Und das ist unsere riesige Explosion. Ja, ich weiß, mega langweilig. Wir programmieren ja hier gerade an einem Spiel rum. Da hätten wir eine Explosion vielleicht schon schöner machen können. Aber Explosionen sind eigene Videos, beziehungsweise, also wahrscheinlich mehr als ein Video. Und die werden wir dann irgendwann noch weitermachen. Deswegen würde ich euch empfehlen, folgt einfach meiner Playlist und folgt mir an allen erdenklichen Kanälen. Boah, das war eine geile Überleitung. Okay, ähm, und ja, das war es eigentlich auch schon. Jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben diesen Event getriggert. Das ist unser Custom Event. Das ist der Aufruf des Custom Events. Und wenn wir den aufrufen, dann springt unser Programm automatisch hier rein in den Event Graph. Oh, wir haben ein Event getriggert und es wird ein String ausgegeben, beziehungsweise was auch immer da hinten dran noch alles kommt. Und dann ist natürlich hier alles fertig. Das heißt, wenn das alles hier durchgelaufen ist, dann springt unser Programm wieder hier zurück und der Pfad geht hier weiter. Also nur, dass ihr so ungefähr die Line wisst, wie wir hier durchfließen. Wir drücken linke Maustaste, wir spawnen Actor. Unser Actor ist gespawnt und dann wird Trigger Me ausgelöst auf diesem Actor, auf diesem ganz speziellen Actor, nämlich auf diesem gerade neuen Projektil. Das wird dann hier ausgelöst. Es springt hier rein, gibt den String aus und wenn wir hier fertig sind, das heißt hier hinten, dann können natürlich auch noch mehr Sachen kommen, wenn hier die ganze Kette fertig ist, das heißt der ganze Event abgearbeitet ist, muss ja irgendwann so sein, dann springen wir wieder hier rein und der Faden hier wird weiter losgelassen. Okay, so die Theorie. Praktisch sieht das Ganze dann so aus. Wir sind hier drin und wenn ich jetzt hier hinklicke, achtet oben links auf die Ecke, dann steht da Boom. Übrigens, warum meine Kugeln nur so extrem kurz fliegen, liegt daran, dass ich die Anfangsgeschwindigkeit so niedrig gemacht habe und die Kugel recht groß ist. Deswegen hat so eine Kugel natürlich auch ihr Gewicht. Wenn ihr das ändern wollt, habe ich letztes Mal nicht erwähnt. Sorry, haben wir aber letztes Mal trotzdem eingestellt, also nicht ganz so schlimm. Hier die Sphere, die hat hier eine Masse, wir haben hier überhaupt keine Physik angegeben, das heißt wir brauchen das gar nicht, aber wir können hier bei Projectile Movement angeben, dass wir hier zum Beispiel den Speed etwas höher stellen, zum Beispiel auf, sagen wir mal 1000 und dann haben wir am Anfang schon einen Speed, der gar nicht zu verachten ist. Können wir uns gerne mal noch angucken, sozusagen als kleines obendrauf zu diesem Video und dann fliegt unsere Kugel schon etwas weiter. Achso, ja, richtig. Und jedes Mal wird Boom ausgelöst. Warum diese Türe übrigens aufgeht, haben wir ja letztes Mal schon geklärt. Das wäre jetzt zum Beispiel der Fall, wo wir hier Schaden an der Türe machen könnten. Gut, okay, eine Türe mit Schaden, dann würde vielleicht das Glas kaputt gehen, aber das ist ein bisschen aufwendig und deswegen haben wir das noch nicht gemacht. Super, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch natürlich mal wieder gefallen. Falls ja, lasst ein Like da, folgt mir auf Twitter oder was auch immer. Facebook, YouTube und so weiter und so fort. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir halten es beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.